Uh, das wär ja der Move, ne? Das wär der Move. Das wär der IQ-Move. Landmine aufm Klo. Und dann irgendwie so, so Wolfman, da denkt sie dann so, ah ja, Mensch, so viele Leichen, Menschen gefressen, oh Mensch, jetzt muss ich erst mal kurz das Örtliche aufsuchen. Und dann, Landmine. Das hast du davor. Okay, warte, 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 warte. Ah, ich muss auf den... Okay, ich hab mich jetzt selber schon tot gesegnet. Oh, das ging ja eigentlich voll gut, ne? Ah. Schraubenzieher. Der war aber gut getan, ne? Im Autoschlüssel, oi oi oi. Falls nötig, nimmt man den Schraubenzieher aus dem Schlüssel an. Ja, gut, ne? Riesen... Weinflasche. Ethan, high five! Okay, der war schon ein bisschen böse. Ah, ja, ich kann das erklären, also ich kenn die Person überhaupt nicht. Also... Keine Ahnung, was ich will. Und weil ich nicht gewusst hab, was ich will, hab ich sie getötet. Boah, nervt doch du nicht die ganze Zeit. Ja, ne, ne? Ja, zum B, da mag's nicht einer, ne? Da stinkts nämlich drin. So ist's halt. Ah, scheiß Dreck, wer bist du denn jetzt? Da hilft nur eins. Ich hab's richtig geraten. Landmine. Das Einzige, was hilft. Oh verdammt. Ah, guck mir, so ein schöner friedlicher Wald. Was soll schon passieren? Ah, Mensch. Wundervoll. Ja, es wird... Salmon. Triff ja nie. Ja, ich hab's nicht mehr so einen traurigen Wurf gesehen. Ja, ja, ich hab's nicht mehr so einen traurigen Wurf gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht. Vielleicht eine halbe Stunde, gute halbe Stunde, sowas. Der hat vorne nicht einfach gestorben, was ist da los, Alter? Das war schon ein bisschen billig. Aufladen, wir gehen auf 200 Volt hoch. Weg! So, okay, ich glaube, es ist besser für die Zeitnummer. Mal kurz die Dose scannen, ne? 99 Cent. Minister. Spaß. Unbezahlbar. So, sorry für den, der war richtig beschissen. Jetzt starten wir durch. Na gut, dann geh ich wieder raus aus dem Weg. Bist du behindert eigentlich? Lächerlich. Warte, kannst du den einfach durch... Lächerlich. Ach, geh, Alter. Neben mir aus dem Basement kannst du in Ruhe rausgehen. Meine Fresse, Alter. Das war nur Rabe. Ja, ja. Was machst du hier? Das ist private property. So richtiger Deutscher, ne? Du, dann würde ich sagen, geh mal dem Fremden hinterher, der in der Nacht vor meinem Haus steht, oder? Was soll schief gehen, oder? Nein. 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 So dumm? Achso. Oh, guck mal, Baumhausen. Ja. Das kam jetzt schon ein bisschen... Ne, warte, muss ich sagen. Die erste, der mich gereitet hat, kleiner als drei. Wer dich was? Wer dich gereitet hat? Oh, take to find an message. Bist alle auf den Arsch geschaut, ne? Sounds global volume. Ihr habt es auch gehört, oder? Es war nicht nur bei mir, oder? Warte mal, ich mache kurz den Sound-Touch. Ah, Gewitter, klar, klar. Musik? Musik? Ja. Aha! Wird's da runterspringst, ne? Rennen! Verdammt, Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Mann, hinter jeder Ecke Gegner, mein Gott. Ich hab dich hier noch reinlaufen. Meinst du? Irgendwo müssten sie ja, ne? Der war cool, oder? Der war cool! Boah! Bruder! Sag einmal! Ich bin halt hinein, ist ja geil, ne? Fetzt! Ähm... Da sind wir Steps, ne? Ne. Ne? Oh! Oh! Ich muss da... Oh, oi oi oi! Wihihi! 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 Der ist ja eher im Job direkt! Oh ja! Der ist ja schon am Nuten! Wihihi! 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 Wir sind los! Hans, hallo! Ich will mich nicht beruhigen! Ich bin's! Ich bin's! Magische Kräfte! Wihihi! 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 Ja! So nämlich! Siehste mal, ne? So nämlich! Wihihi! Habt ihr noch jemanden und fragt, was da drin ist? Ja! Na?